Tschö Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Mit dabei ist das Lama. Das hätte nicht passieren sollen. Leute, das ist nicht das Lama, nach dem ich suche. Wir spielen jetzt gemeinsam wieder mit dem lieben Tobi eine Runde Spielwiese. Denn ich habe mir gerade tatsächlich einen Spielmodus ausgedacht, der simpler, aber ich glaube auch interessanter nicht sein können. Und zwar heißt das Ganze Loot Hunt. Das ist ein guter Titel, oder Tobi? Wer kann am meisten looten? Oh, Mensch. Was ist denn jetzt hier gerade los? Ne. Doch, mal ganz kurz. Nein, ich will Spielwiese. Wir gehen gemeinsam nach Tilted. In der Mitte von Tilted ist quasi, ähm, äh, ja, ich würde sagen, nicht eine Wand gezogen. Aber jeder hat auf der einen Seite in Tilted eine Safe Zone und auf der anderen Seite in Tilted eine Safe Zone. Man darf sich gegenseitig abschießen, meine Freunde. Ziel des... So, meine Freunde, und jetzt geht es quasi los. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz, wie das funktioniert. Wir beide landen in Tilted, suchen uns erstmal ein Jagdgewehr, geben uns brüderlich einen Kuss ins Gesicht, meine Freunde. Und dann suchen wir... Nichts Sech. Ganz ruhig, Tobi, ne? Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig hier. Dann suchen wir gemeinsam quasi Waffen. Sprich, angenommen, ich habe jetzt hier eine grüne Waffe. Eine grüne Waffe bringt x viele Punkte. Granaten vom sehr, sehr seltenen Typen bringen so und so viele Punkte und so weiter und so fort. Das sollten wir gleich jetzt auf jeden Fall noch überlegen, was welches Item an Punkten einbringt. Und dann geht es quasi schon los. Tobi, ich nehme mir den Basketballplatz als Safe Zone. Das würde ich nicht sagen. Gebaut werden darf nicht, meine Freunde. Es darf sich nicht eingebaut werden. Man darf sich, wie gesagt, gegenseitig mit No-Scopes und dem Jagdgewehr absnipen. Alles andere ist strengstens verboten, meine Freunde. Tobi, das hier ist mein Feld. Ich habe ein Jagdgewehr. Hast du echt? Ja. Tränke würde ich gar nicht benutzen. Tränke würde ich komplett rauslassen. Also nur Waffen? Ja, genau, genau, genau. Tobi, ich habe meine Safe Zone hier quasi schon geholt und habe schon das erste Item mit drin liegen. Ja, ich loote gerade und habe gerade eine weiße Pistole gefunden. Okay, warte mal. Bevor wir jetzt irgendwas machen, lass uns erstmal bitte ganz kurz eine Waffe suchen, dass wir beide eine gleiche Waffe haben. Ich habe ein Jagdgewehr, ein grünes. Reicht jetzt? Nice. Ja. Haben wir dann zwei? Ja. Du kannst sagen, was du willst, aber ich bin ein cooler Kumpel. So, Kenners, wir haben jetzt beide ein grünes Jackewehr, um uns quasi damit zu verteidigen. Ich habe zwei, noch haben wir nicht beide eins. Kriege ich bitte eins. Und auch Munition. Boah, Junge. Wenn du die Animation nicht aufgegeben hättest, ne? Dann nehme ich dir vorne die ganze Munition weg. Hab sie. So, ab jetzt. Ich würde sagen, Tobi, wir erarbeiten jetzt mal ganz kurz, wie viel denn jedes einzelne Item bringt. Ich würde sagen, graue, eins, grüne, was denn? Grüne, zwei, blaue, vier, Körpel, sechs. Gold, acht. Zehn muss so ein ultra seltenes Item sein. Was findet man? Zack, 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 da findest du ja richtig viele, Digga. Zack, 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 findest du ja richtig viele. Goldene Sgar. Goldene Sgar ist auch nicht selten. Ne, 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 ne. Ein Spielbilder nicht, ne. Wir sind ja ein Spielbilder, da müssen wir ein bisschen nachdenken. Irgendwann später. Ein Volkswagen. Okay? Äh, okay. Wollen wir 16 Minuten bis 30 da? Bis 30, okay, gut. Ich würde sagen, da machen wir erst mal 3, 2, 1 und es geht los. Oh, Tobi, ich fick dich jetzt schon, ich hab dich jetzt schon gef***t. Wie viel Punkt hast du schon? Äh, 1000, ungefähr. Moment. Schon über 20. Hast du aber auch schon über 30? Ja, definitiv. Holz bringt 9000. Ähm, ich hab keine Hilfe. Hey, bei mir sind zwei Kisten geöffnet. Das war, wo ich dieses eine Jagdgewehr gefunden habe. Hiltet gehört hier jedem. Unfair. Was, wenn ich mir ein Jagdgewehr da reinlege? Dann hast du keine Waffe mehr. Oh. Glaube ich. Es ist echt schwer, hier was Gutes zu finden, sag ich mal so. Sag mal so? Nein. Doch. Nö. Oh. Oh, das hat sich gelohnt hier. Den Snubbo, den Schmacko fatzen wir direkt hier rein. Geil. Mann, ich hab nur Kacke bisher. Okay, was soll ich? Ich find nur weiße Sachen hier. Oh, das ist so unfair, was ich hier gerade mache. Du nimmst nicht einen Automaten her. Hab ich schon. Baby. Ist schon zu spät. Okay, dann werde ich den jetzt auch hernehmen. Oh oh. Automat ist unfair, ich würde sagen. Nein. Du hast gar selber gekauft. Ja Tobi, ich hab hier einen grünen stehen. Das bringt gar nichts. Ich hab einen blauen, Digga. Das bringt auch nichts. Okay, dann machen wir jetzt ohne Automat. Ich bin ein richtiger W***er eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, bin ich auch ehrlich. Achso. Hä? Okay, Tobi, ich glaube, du hast keine Chance gegen mich. Ich glaube, du hast keine Chance gegen mich. Äh, das sag ich nicht. Warum baust du? Tobi, es ist verboten zu bauen. Hä? Man darf sich doch wohin bauen. Nein. Es ist komplett verboten zu bauen. Komplett? Ja. Hast du die ganze Zeit gebaut? Nein. Also ich hab es nicht mehr frei gebaut. Es auch verboten zu bauen ist. Ja, ist doch so. Wo sind wir denn hier? Schule oder was? Hot night. Darf man wirklich nicht? Darf man nicht? Ah! Schnell! Nein! Ja, safe! Ich bin safe, ich bin safe. Oh, damn! Goldene Waffe, blaue Waffe, lila Waffe. Halt auf, Alter. Oh, weia. Oh, oh, oh! Aufhören zu schießen. Warum machst du das? Lootet rein! Oh, was? Zwei Lagerfeuer, Digga. Das sind blaue Alteams, ne? Hä, nein, wir haben gesagt, du bist nur Waffen. Digga, ey, Moment mal, ich hab auch hier eine Tränke. Nein, nein! Hallo? Nein, nein, nein. Digga, Tobi, ich hab hier alles nicht, haben wir nicht gesagt. Wir können einblenden. Nein, 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 nein. Ich hab gesagt, du bist auch. Nein, nein! 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 Lagerfeuer und sowas zählt auch. Tränke würde ich gar nicht benutzen. Tränke würde ich komplett rauslassen. Nur Waffen? Ja, genau, 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 genau. Blaue Items! Hallo, verpiss dich! Verlass mich doch, Mann! Ich hab dir die Munition weggenommen. Lagerfeuer werden nicht gezählt. Lagerfeuer schon schädigst. Lagerfeuer! Nein! Doch! Nö, ich klau dir jetzt deine Lagerfeuer von deiner Safe Zone. Das darfst du nicht. Doch! Nein! In den Safe Zones darf man nicht. Doch, ich klau dir die jetzt mit... Ja, dann geben die halt nur halbe Punkte. Nein, die geben gar nichts. Das ist unfair. Das ist nicht unfair, weil ich hab dich extra gefragt. Du hast meine ganze Munition genommen. Jetzt hab ich keinen Schuss für meinen Jagd gewährt. Ja, ne, ich will jetzt die Waffe hier und kill dich da mit mir. Tobi, jetzt entspann dich mal bitte. Ja, also wirklich. Nein, hallo, gib mir jetzt die Munition. Ich schieße dich mit der Shotgun kaputt. Safe Zone. Hallo, Tobi! Hör auf! Junge! Ich bin in der Safe Zone, du darfst du die abschießen. Hast du jetzt meine gesamte Munition genommen? Nein, ich hab Hälfte hingelegt, weil ich nicht so... Unfair. ...ehrenlos wie du bin. Alter Maul. Okay, aber Jump Hetzeln. Ab jetzt. Ich hab gewonnen. Ich du. Berück dich jetzt. Ab jetzt. Aufhören. Du wirst es noch sehen. 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 Setz dich ans Lagerfeuer und das Spiel an meinem Glied. Safe Zone. Zweimal Grappling Hoods und ne Menge Waffen lege ich hier rein. Tobi ist ein Affe. Noch sieben Minuten, ne? Noch sieben Minuten. Ja, aber Jump Hetzeln, sowas zählt nicht. Das ist nicht erlaubt, was du gesagt hast. Okay, Digga, ich weiß, wo du bist. Du hast mich unzurechtmäßig getötet. Hallo, das war meins. Achso, ne, du hast einen. Ich hab schon zwei Golf Cards da stehen, Digga. Ja, es geht nicht um Golf Cards. Halt's Maul, das hab ich eben gesagt. Wie soll ich in meinen Keller Golf Cards fahren? Replay! Dann muss so ein ultra seltenes Item sein. Einkaufswagen. Okay? Okay. Dann mach diese scheiß Garage. Du bist, Tobi, du bist es selber schuld. Ich hab gesagt, Golf Cards, Einkaufswagen zählen. Zehn Punkte. Dann fahr ich jetzt nach Lazy Links. Tobi, wir spielen nur enttiltet? Ja, dann steht jetzt ein Golf Cards hier in meinem Keller. Fünf Minuten noch, dann bist du kaputt. Du bist kaputt. Das nehm ich zurück. Das nehm ich auch zurück. Dann halbe, halbe. Wo bist du? Da ist das hier im Mobil. Ah, du bist im neuen Haus. Du hast gebaut. Du hast gebaut. Digga, du hast gebaut. Digga, weißt du, aber ich darf es nicht, ne? Schnell looten, schnell looten und dann verschwinden. Mit einer goldenen Waffe rennt er zurück. So dumm, ey. Granaten und sowas, by the way, also grau, ne, Tobi? Weißt du. Wo? Wo kommt John Wick her? Da ist er. Bam! Der Headshot. Tobi, warum bist du halt so kacki? Kacki Hose. Boi, Junge, ich hab dir grad im Flug einfach einen Headshot gegeben. Du hast mir im Flug einen Headshot gegeben. Ja. Oh, du hast schon wieder die Munition. Warte doch, ich hab keine Munition. So, pass auf. Ich bring eine blaue Waffe zurück. Es bringt gar nichts. Was? Lol. Noch drei Minuten. Meinst du, ich hab mehr als du? Sei mal ehrlich. Warte, ich schau mal bei dir kurz. Oh, Alter, das könnte echt mega knapp werden, ne? Mega knapp. Muuuuh. Mega knapp. Mega knapp. Noch ein Eikoswagen, noch ein Eikoswagen! Noch ein Eikoswagen! Digga, was meinst du, wie viel ich schon hab, Alter? Als ob mich das juckt. Digga, wie ehrenlos war das. Beim Abgeben. Ich glaub, mit vier Leuten ist das noch mal witziger. Nee. Doch. Nein! Wicht da! Ja! Oh! Oh! Okay, ich muss schnell zurück, ich hab Waffen bei mir im E-Mitar. 30 Sekunden noch. Schaffst du nicht! Verboten! Verboten! Es wird echt knapp. Komm. Don't let me in the stick. Oh. Oh. Und. Okay, Zeit ist over. Okay. Hör auf. Jeder bei sich zählen. Wir zählen erst bei dir und dann gehen wir zu mir. Nein, 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 nein. Ich cheate. Ich bin hier. Komm her. Wohl so knapp. Das, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Nein, 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 nein. Das? Stopp. Stopp. Ey, das war echt unnötig, Alter. Ich leg mal die Items raus, wo wir gesagt haben, also chill diesen sowas mal. Und jump halt. Und, äh, genau. Okay, das glaube ich alles. Hallo? Nein. Aufhören. Es wird nicht getrunken. Eins, zwei Golfkarts. Eins, zwei, drei, sechs. Boah, das sind schon mal Tobi. Ja, wir fahren die einfach hier runter. Achso, achso, okay. Also, zwei Golfkarts, schon mal 20 hier. Sechs Einkaufswägen. 80, ja. So, warte, dann lass uns die goldene nehmen. Eine goldene Waffe. Das war's. 88. 88, oh, war ja. 88, lass schnell aufrunden, lass schnell aufrunden auf 90. Hier mit der, mit der, mit der grauen Waffe. Ah, nee, grün ist zwei, ne? Ja. Okay, warte, dann nimm ich die hier. Dann lass ich die hier wieder liegen. Okay, vier mal, wie viel? Was ist lila? Äh, vier mal sechs. Sind 24. Das heißt, 114 plus dein Hetzel. Plus 24 nochmal. 38, ja. 138, genau jetzt die blauen. Blaue bringen vier, ne? Genau. 12 und 18 sind, äh, 20. Wie viel habe ich? 158. 158. Okay. Jetzt die grünen. Sind nochmal sechs. Also 12 insgesamt. 177. 197 für mich, Tobi. Ja. Aufhören. Ey, schreibt mir mal kurz in die Kommentare, Leute, wie ihr findet, was wir hier gemacht haben und ob man das vielleicht zu viert sogar. Hör dran. Hör dran, bringen kann. Guck mal, da unten dieses Auto, Alter. Ja, Digga. Okay, warte, wir machen mal hier kurz auf. Es sind nämlich ein paar goldene Sachen dabei bei mir. Tobi, ich glaube, das ist schon entschieden. Okay. Okay, 10. 20, warte. Okay, 30. 40. Gold. Die sind 72, habe ich. Warte, ich habe 72 jetzt. Leg schon mal ab. 88. Okay. Gut, dann nimm mal die Purple. Du hast echt gut Waffen geloot, Alter. 118, 124, 130, 136. 140, 144, 148, 152. 186. Ja, Tobi hat damit gewonnen, meine Freunde. Weil er einfach so viel... Ey, du hast viel mehr Goldenes gelootet, Digga. Du hast halt so viele Goldene. Ich bin wie so ein Moggü durch die Stadt gelaufen. Aber, Mann, ich hätte nur ein paar... 10 Punkte mehr haben müssen. Es war relativ knapp, Leute. Es war übelst knapp, Leute. Also, ich glaube, Tobi hat das so an die 200 wahrscheinlich. Und ich hatte 197, Leute. Sagen wir 200 zu 197, Leute. Damit auf jeden Fall ein Unentschied an der Stelle. Leute, das war es von diesem wunderschönen Video. Schaut gerne bei Tobi vorbei. Der macht nämlich auch leider Videos und ist voll der... Und, ähm... Ja, macht's gut. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Bye.